Musik 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 Vor 40 Jahren, Renegal hatte nur 4 Millionen Leute. Heutzutage sind wir 12 Millionen. 50 Prozent sind weniger als 20 Jahre alt. Das ist eine echte Tragödie. Und die Zahl der Arbeit ist unglaublich. Und die Krise des gesamten Bildungssystems für die letzten 20 bis 30 Jahre. Das ist der Grund, warum Afrika ist der Grund, auf dem Kontinent mondial. Afrika ist der Grund, auf der Ökonomie. Afrika ist der Grund. Wie schaffen diese Leute ein Futur, Arbeit haben, kriegen, Kultur, zur Schule gehen? Das ist ein Land in dem die die Kinder sind beschäftigt, die versuchen zu leben. Auf dem Entwicklung, Afrika ist derart. Auf der Demokratie, Afrika ist derart. Es gibt viele Vierungen, die in St. Louis zu kommen. So you can say, which is terrible to say, that it is a country in which today, if you were offering young people to leave, be with all of them. As you know, griots were always, before the orders and praising the council and worship the Lord. I pray for the Afriks to heal the best, that the Afriks are in love with you. You are the only one who lives in the world, you are the only one who lives in the world. If you leave, you leave. If you don't know where to go, you are lost. You are the only one who lives in the world, you are the only one who lives in the world, but you know where to go. What does it prevent you from returning to the moment where you are sure of your destination? And there, you can leave. You are the only one who lives in the world, you are the only one who lives in the world. And there, you are the only one who lives in the world. Musik 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 Musik